Irgendwas mit Fotografie. Ja, der Fotografie Podcast. Ja, heute geht es um die Kreativität in der Fotografie. Und die Kreativität möchte ich deswegen ansprechen, weil ich ja Profi Fotograf bin. Das heißt, ich habe das gelernt und ich lebe seit 20 Jahren von und mit der Fotografie. Das heißt aber auch, dass ich sehr oft nicht Kreativität in meinem Job ausleben kann und darf und soll. Ja, und was meine ich damit? Ich habe zum Beispiel sehr viel Produktfotografie gemacht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr fotografiert jetzt eine Festplatte oder einen Lautsprecher oder eine Klammermaschine für den Schreibtisch oder wie heißt das so diese? Ja, mir fällt das Wort dafür nicht ein. Ist ja auch egal. Also irgendein Schreibtisch-Utensil oder einen Bleistift. Ja, und wenn ihr das fotografiert, dann geht es dann natürlich um ganz andere Dinge. Dann geht es nicht darum, dass ihr besonders kreativ seid oder dass ihr euch besonders viel ausdrücken könnt oder eure Emotionen zeigt, sondern dann fotografiert ihr halt einfach ein Produkt und das muss dann halt so und so aussehen. Und das ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich sage, ich bin Hobbyfotografin oder Hobbyfotograf. Und mach einfach das, was mir Spaß macht und was mir Freude macht. Und genau das ist der Unterschied. Und genau das ist ja auch der Grund, warum ich dieses ganze Fotokursprojekt hier gestartet habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir als Profifotograf in der Kreativität und im Ausdruck zu wenig wird. Und ich möchte mich gerne wieder mehr mit meiner eigenen Fotografie beschäftigen. Jetzt habe ich ein Feedback bekommen, ich soll nicht so oft das Wort Fotografie sagen in meinen Podcasts. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, was kann ich stattdessen sagen. Schwierig, aber egal. Wir lassen das jetzt mal. Wenn ihr übrigens Feedback habt für mich, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Das wollte ich nur sagen. Also gerne mir einfach schreiben, wenn euch irgendwas zu diesem Podcast einfällt oder auch Themen, euch auch Themen interessieren. Da bin ich immer sehr, sehr offen für Feedback. Und das ist auch mein Zugang zu der Fotografie. Ich glaube, dass Austausch auch sehr wichtig ist. So, kleiner Sidestep, wie man das auf Englisch sagt. Also, und jetzt zurückkommend zu der Thematik, dass ich halt einfach Fotografie als etwas Kreatives empfinde und als Ausdruck empfinde. Etwas, was mir Spaß und Freude bereitet. Dann ist die Hobbyfotografie klar im Vorteil. Weil ich muss nämlich keinerlei Rücksicht nehmen auf irgendwas oder irgendwen. Weil ich einfach das tun kann mit meiner Fotografie, was ich gerne tun möchte. Ich bin frei in meiner Fotografie, in meiner Kreativität. Ich kann das ausdrücken, was ich möchte. Und ihr wisst ja jetzt vielleicht auch schon, dass es bei mir auch immer darum geht, dass Fotografie kein Wettkampf ist. Und genau das ist eben die Freiheit in der Hobbyfotografie. In der beruflichen Fotografie ist das sehr oft sehr wohl ein Wettkampf. Weil dann muss ich mich im Endeffekt messen gegen jemanden, der dasselbe Foto macht. Vielleicht besser, vielleicht günstiger. Und ja, das ist ganz ein anderer Zugang. Und dann verliert man irgendwie so den Bezug zur Fotografie, finde ich. Also die Freude an der Fotografie. Weil man dann halt einfach sein Ding macht. Man macht halt dann sozusagen einfach seine Aufgabe. Und das mache ich gut. Und das habe ich immer gut gemacht und professionell gemacht. Aber es ist einfach was anderes. Und wenn ich jetzt meine Kamera nehme und ich weiß, ich kann tun, was immer ich möchte. Ich kann jetzt fotografieren, was immer ich möchte mit meiner Kamera. Dann ist das ganz ein anderer Zugang dazu. Und das ist etwas, was ich selbst einfach als sehr, sehr spannend empfunden habe, dass man als Profifotograf, ja, diese Einschränkungen auf jeden Fall zu spüren bekommt. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendjemandem sagen möchte, geh nicht in die Fotografie professionell oder verdien nicht dein Geld damit. Aber denken wir mal darüber nach. Ich glaube, egal, welchen Bereich du in der Fotografie machst, sobald jemand anderer dir dafür Geld zahlt, dass du Fotos machst, dann wird auch etwas erwartet. Klar. Aber wie viele Menschen zahlen dich dafür, dass du dann wirklich kreativ bist in deiner Fotografie? Und natürlich, es bewegt sich so ein bisschen diese Bereiche. Weil natürlich, wenn ich jetzt Porträtfotos machen möchte, dann suche ich mir vorher schon raus, wer hat so die Ästhetik oder den Stil oder das, was mir halt dann als Person, die fotografiert wird, gefällt und wer kann das dann so umsetzen. Aber im Endeffekt behält sich das oder verhält sich das dann immer in den gleichbleibenden Momenten eines Fotos. Ein Porträtfoto ist halt einfach ein Porträtfoto. Und wenn ich das jetzt besonders schief mache oder einen Menschen von hinten zeige oder den Menschen komplett unscharf zeige, dann ist es immer noch ein Porträtfoto. Aber man muss es immer gegenüberstellen mit der Erwartung der Menschen, die jetzt dann vor der Kamera stehen. Und das ist das, was ich meine. Und sobald jemand dafür Geld bezahlt, dann gibt es da eine klare Erwartung auch. Und da ist es eine andere Erwartung in der Fotografie, als wenn man das einfach für sich selbst macht. Und ich habe gemerkt, dass mir die Fotografie eben abhandengekommen ist, die Leidenschaft für die Fotografie abhandengekommen ist, weil ich zum Beispiel sehr viel Produktfotografie gemacht habe. In der Pressefotografie zum Beispiel war das ein bisschen was anderes. Die Pressefotografie war sehr spannend, weil die Pressefotografie auch sehr kreativ ist. Also was habe ich gemacht? Ich habe für Zeitungen fotografiert. Das war schon einige Jahre bzw. Jahrzehnte sogar her. Und da geht es halt immer darum, dass man halt zu einem Event oder einer Veranstaltung oder Pressekonferenz geschickt wird. Ja, und dann heißt es halt, Raphael, mach halt ein Foto davon. Und dieses eine Foto soll dieses ganze Event darstellen oder diesen ganzen Moment darstellen. Sei das jetzt die Eröffnung eines Springbrunnens oder die Einweihung eines neuen Kreuzfahrtschiffes oder was auch immer es da halt so gibt. Und das ist halt etwas, was sehr spannend ist, weil da ist wiederum sehr viel Kreativität gefragt, weil man sich nämlich die Frage stellen kann, wie schaffe ich es denn mit einem Foto eine Geschichte zu erzählen? Nämlich die Geschichte, die dort passiert ist. Also die Geschichte dieses Fotos, die Geschichte dieses Moments. Und ein Moment dauert ja immer, also es ist falsch gesagt natürlich, aber eine Geschichte dauert jetzt länger. Die Springbrunn einer Eröffnung dauert länger. So, da passieren sehr viele Dinge. Aber welches Foto nehme ich jetzt? Und wie schaffe ich es jetzt, einen Moment so einzufangen mit einem Foto, dass ich diese Geschichte trotzdem erzählen kann? Und das ist das, was ich in der Fotografie so spannend finde, Geschichten zu erzählen mit der Fotografie. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch schon, warum ich mit der Kreativität angefangen habe. Und wie ich jetzt von der Kreativität zurückkomme zum Geschichtenerzählen in der Fotografie. Und deswegen bin ich auch ein Fotograf, der definitiv nicht die Inszenierung in der Fotografie in den Vordergrund stellt, sondern die Geschichte, die erzählt wird. Und ich finde, ein starkes Foto ist ein Foto, das eben eine Geschichte erzählt oder Emotionen auslöst. Oder beides. Und jetzt denkt mal an Fotos, die ihr so schon gesehen habt, die ihr zum Beispiel teilt oder weiterschickt. Oder ihr euch gedacht habt, das ist ganz, ganz toll, was ich hier sehe. Oder das Gegenteil, es ist ganz, ganz schlimm, was ich hier sehe. Also sozusagen, da gibt es natürlich eine große Bandbreite, aber im Endeffekt ist es immer so, dass ein wirklich starkes Foto, also eine Momentaufnahme, eines Moments, Emotionen vermittelt. Und Emotionen zeigt. Oder euch Emotionen spüren lässt. Und das zieht sich dann über alles hinweg. Das ist dann die Motivwahl, das ist dann der Moment, das ist dann die Kommunikation mit der Person, wenn eine vor der Kamera ist, mit der Person vor der Kamera oder mit dem Tier. Also ich kann ein Tierfoto machen, das Emotionen auslöst. Und ich kann ein Tierfoto machen, das gar keine Emotionen auslöst. Als Beispiel jetzt. Und diese Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung, was ich als Fotografin oder Fotograf eigentlich machen möchte, das ist die Kreativität in der Fotografie. Das heißt jetzt nicht, dass es immer gelingt, das gelingt auch mir nicht immer, ein großartiges Foto zu machen oder ein starkes Foto zu machen. Aber diese Freiheit zu haben, sich zu überlegen, was für ein Foto möchte ich heute machen? Wie möchte ich heute fotografieren? Das ist halt einfach etwas, was du in der professionellen Fotografie echt nur sehr beschränkt hast. Und ich komme jetzt wieder zurück, wenn ich jetzt eine Festplatte fotografiere, dann überlege ich mir ganz andere Dinge. Aber ganz sicher nicht, wie ich Verbindung zu dieser Festplatte herstelle oder mit welchen Effekten oder wie kreativ ich da jetzt oder was für Kameratechniken oder Aufnahmetechniken ich da ausprobieren möchte. Außer das ist halt eine besondere Aufgabe. Aber das kommt halt selten so vor. Und deswegen mein, ja Appell ist vielleicht falsch, aber deswegen meine Motivation für dich und für euch, einfach auch zu überlegen, welche Vorteile das hat, wirklich in der Hobbyfotografie zu sein. Also sich einfach auszudrücken mit der Fotografie, die Möglichkeit zu haben, einfach zu sagen, ich möchte das einfach genau so fotografieren, wie ich das jetzt gerade empfinde. Ich möchte etwas zeigen. Und ja, und natürlich, jetzt stellt sich die Frage, was brauche ich dazu? Es redet sich so leicht hier. Ich brauche keine teure Kamera dafür. Das ist auch das, was ich immer sage. Ich kann das auch mit dem Handy machen. Was ich dazu halt brauche, ist Bildsprache und Komposition. Das ist das, was ich so nenne, die Geheimsprache der Fotografie. Bildsprache und Komposition. Das sind die Zutaten, die ich brauche, um wirklich starke Fotos zu machen. Und wenn ich das mal verstanden habe und mich damit beschäftige, dann kann ich auch mit einem Handy stärkere Fotos machen. Und ich sage bewusst nicht gute Fotos, sondern stärkere Fotos. Und das ist sehr, sehr spannend, wenn man das mal verstanden hat. Weil es gibt ja auch diesen Spruch, den habe nicht ich erfunden, aber den verwende ich immer wieder mal. Weil der sozusagen ursprüngliche, die ursprüngliche Person, die das jemals gesagt hat, weiß ich nicht, glaube ich, gar nicht definierbar ist. Aber ist ja auch egal. Du kannst mit der teuersten Kamera der Welt auch richtig schlechte Fotos machen. Und jetzt sage ich bewusst richtig schlechte Fotos. Und das eine, was macht ein gutes oder ein schlechtes Foto aus? Das eine ist die Technik. Also passt die Belichtung, erkenne ich, was darauf zu sehen ist, die Schärfe. Und wird das Foto so, wie ich das möchte? Weiß ich also, was ich da tue? Wie kriege ich den Hintergrund scharf oder unscharf? Und das Zweite ist aber, und das finde ich aus meiner Sicht eben viel wichtiger, ist die Bildsprache und die Komposition. Also wie schaffe ich es, ein Bild so zu komponieren, so zu gestalten, dass ich zum Beispiel Blicke lenke in einem Foto. Also dass ich Menschen die Möglichkeit gebe, mein Bild viel schneller zu begreifen. Und dann eine Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte mit meinem Foto zu erzählen. Und um eine Geschichte mit meinem Foto zu erzählen, brauche ich die Bildsprache und die Komposition. Und auch das ist etwas, was man lernen kann, genauso wie die Technik. Da geht es aber viel um Übung. Und da geht es, jetzt klingt das so, als wäre das das Gegenteil der Kreativität, das ist es gar nicht. Aber wenn gewisse Sehtechniken und Blicktechniken bei euch einfach durch die Übung immer mehr zum Standard werden und egal wo ihr hinschaut, ihr einfach versteht, wie ihr ein Bild gestalten könnt, ohne dass ihr überhaupt eine Kamera in die Hand nehmt, dann kommt ihr weiter mit der Fotografie. Und dann habt ihr auch sehr viel Kreativität in der Umsetzung. Weil ihr auch versteht, wie Bilder dann wahrgenommen werden. Und das ist die Kreativität, von der ich spreche auch. Und das ist auch die Freiheit, von der ich spreche als Hobbyfotografin, Hobbyfotograf und die Möglichkeit, euch mit eurer Fotografie einfach auszudrücken. Also Freude zu haben an der Fotografie und einfach Leidenschaft für die Fotografie zu haben. Und je mehr man sich mit der Fotografie auf dem Level beschäftigt, also nicht beruflich, sondern wirklich auf einer Ebene, wo ich sage, mir macht das Freude, mir macht das Spaß zu fotografieren. Das ist mein Ausdruck. Ich fotografiere gerne. Und ich lese das auch immer wieder auf meinem Insta-Kanal, dass Menschen dann schreiben, ja, für mich ist Fotografie ein Abtauchen vom Alltag oder eine Fokussierung auf ganz was anderes. Ich vergesse alles um mich rundherum. Genau das ist Fotografie auch für mich. Und was Wunderbares, Fotografieren ist Freude, macht Spaß, ist gleichzeitig aber natürlich auch etwas, mit dem ich mich sehr stark ausdrücken kann. Und übrigens, letzter Satz dazu, Fotografie hat sehr viel auch mit eurer Stimmung und eurer Emotion zu tun. Nicht jedes Foto wird an jedem Tag gleich, weil eure Stimmung und eure Emotion auch nicht immer gleich ist. Das ist also sehr, sehr spannend. Und deswegen ging es heute genau darum, ein bisschen über Kreativität und über berufliche Fotografie zu reden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Und wenn euch das gefällt, dann klickt gerne auf Abonnieren. Und ich freue mich auch über eine Bewertung, wenn das passt für euch, wenn euch das interessiert. Und vielen Dank euch auch jetzt wieder fürs Zuhören. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, weil einfach glaube ich, dass ein cooles Format ist, um über Fotografie zu reden. Aber lasst mich gerne auch wissen auf meinem Insta-Kanal, was ihr so dazu denkt, zu diesem Podcast-Format. Vielleicht ist es ja auch etwas, was ihr irgendwo, wo ihr Inputs habt oder mir Feedback geben wollt. Also ich bin sehr offen dafür und ich freue mich darüber, weil das natürlich ganz, ganz wichtig ist auch, dass man sich zur Fotografie austauscht. Auch jetzt zu dieser Form oder zu diesem Austausch der Fotografie.